diese zwei Hasen habe ich jetzt ausgesägt gehabt als erstes war der Nummer 1 und der lässt sich ganz schön schaukeln bedingt durch die lange Kufe dann hatte ich verkürzte Kufe der schaukelt hochfrequenter bzw. kürzer in kürzeren Abständen nicht so langsam wie der hier und dann wollte ich mal Staubsauger anschliessen und los geht's schaukeln schaukeln 0.5 mm 1.8 mm 1.2 mm 1.8 mm 1.8 mm Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann könnte ich noch zwischen den Beinen daher sägen, sodass er dann quasi nur auf einem Bein am Sockel befestigt ist. Firm ist dann noch mal ein bisschen festkleben. Wir tun einfach nur ein bisschen festgelegt. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. 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 Das war's.